Was muss ich jetzt machen? Töten alles, was von dir rumläuft. Hier wird geschossen. Aber was war das denn? Ich kann nicht bei dir sein. Da oben, die hängen oben auf dem Felsen, die Pisser. Alter, ich bin wie der Einzeste von der Alte abgeklärt wird. Sauerei. Meine Kameraden, mich im Stich lassen. So. Ich weiß mal, Aloha. Sagt mal Aloha. 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 Sehr gut. Wir haben hier einmal ein bisschen... Auf einmal waren wir hier drin. Heute gibt es Battlefield 5. Ach nein, es ist 1. Geht komisch, ist aber so. Ich hoffe, den Chris hinterher und ich weiß genau, ich stehe. Geh mal gerade was gucken, hier ist irgendwas markiert auf der Karte. Oh, Minen. Sehe ich es zum ersten Mal. Es latscht da rein. Wahrscheinlich unsere Minen. Deswegen siehst du die wahrscheinlich. Sehen immer komisch aus. Hier, Munition. Was sag ich? Der Olli. Der Olli Sniper hat bestimmt wieder. Ich seh euch. Da unten fährt ein Panzer rum. Der Chris ist abgehauen. Ja, ich geh mal gerade zur Anti-Air. Dahin ist noch ein Panzer. Und ein Pferd. Da steht ein Pferd. Wo gehst du hin? Anti-Air. Dann sag das doch. Ich doch. Diesen Panzer. Wollen wir uns den nehmen? Ich glaube, wenn man das nicht Panzer nennen kann, dieses Vehicle hier. Mwahaha. Da ist neben dir einer gelandet. Ja, der hat mich auch gekillt. Während der mein Fallschirm runtergekommen ist. Hat der mir einen One-Click gegeben. Boah, ich hab noch einen erwischt. Uh! Würde ich ja gerne resten, aber. Uh! Sniper. Es fehlt echt noch ein Sunny, ne? Der Kumpel würde mitmachen. Haben wir deinen Kumpel schlecht behandelt? Chris redet nicht mehr. Ich muss mich gerade konzentrieren. Sniper. Ja, ich hab's gemerkt. Aua. Wow, Pferde sind scheiße. Der Flammenwerfer ist hier. Ah. Da kommen welche von der Seite. Woher standen. Ja, und hinter dir kommt einer mit dem Flammenwerfer rein. Ja, ich bin vorher schon erledigt worden. Achja. Ja, der hat das drücken. Ja, geht schneller. Wo ist der Chris? Dahin ist der Olli. Chris ist noch nicht gespawren. Jetzt ist er gespawren. Ich auch noch nicht. Wo seid ihr denn? Achtung. We have lost objective butter. Ja. Zeit zum Tee trinken. Mit einem Schuss Butter. Wie, mit Butter in dem Tee? Keine Ahnung. Hast du das schon mal probiert? Nein. Ich auch nicht. Vielleicht schmeckt's ja. Ich hab schon mal heißes Wasser mit Zitrone getrunken. Olli, war das deine Nate? Olli liegt da im Dreck. Hey, ich lass dir Munition da. Bin hier Stacheldraht hingestellt. Oh, Headshot. Hilfe hinter uns. Hilfe hinter uns. Hast ihn? Oho. Hast ihn erwischt? Ja, ich hab ihn. Ich auch. Der hat mich angezündet. Ich hab keine Ahnung wie. Boah, der Tanner mit dem Flammenwerfer schandt ihn wieder rum. Ach, da war der das wahrscheinlich. Da hab ich ihn gegrillt. Baaah. Steh ich dir am Weg? Entschuldigung. Hier oben ist einer hinter mir in der Hütte. Oh Gott, immer dieses Sniper. Die Sniper sind so lame, ne? Ja. Aber es ist ja immer so in jedem Battlefield. Ich bin immer gespannt, wenn einer mal einen Shooter ohne Dings rausbringt. Das ist der beste Shooter aller Zeiten. Oh, hier kommt einer rein! Da vorne in dem Gebäude sind auch noch welche. Hier hab ich gerade welche reinlaufen sehen. Da oben. Alter, der lebt immer noch. Der ist auch ein Dach. Oh, da ist noch einer hier drin gewesen. Okay, ich geh hoch. Ah, der Pisser! Mit einer Handfeuerwaffe! Zwei Stück stehen da oben jetzt. Pass auf, wenn du hoch gehst. Oh Gott, schon wieder ein Sniper. Ich hasse Sniper auch. Vor allem, wenn man stirbt. Wenn das in jedem mal ein richtiger Headshot war. Ja, die Waffen, irgendwie hab ich Gefühl, die Sniper sind übermäßig stark. Wenn du mit der Leertaste gedrückt hättest, kannst du schnell das spawnen. Du hast ne Olli gespawnt da hinten. Ich war hier beim Chris spawnen, aber der kämpft wahrscheinlich gerade, ne? Nein, der hat bis F eingenommen ist. Verlieren aber gerade B. Unwichtig. So, jetzt. Wir übernehmen B, oder nicht? Ne, wir verlieren's. Aber unsere Leute rennen auch rum. Du hast recht Olli. Ah, jetzt. Oh, jetzt Gift, ne? Gasmaske aufsetzen. Hier schießt ein eigener Teammate auf dich. Ja, er ist mal ein Gegner. Kann das sein, dass wenn man die Gasmaske anhat, man nicht in Klima und Korn rein kann? Genau. Hab ich auch gerade gemerkt. Ja, toll. Alter, wir sind schon wieder da oben. Wie kommen die Pisser alle nach da oben auf die Felsen? Welche Felsen? Ja, oben auf die Berge überall. Wandanusse. Wow. Wandanusse, genau. Ein Zug hat mich erschossen. Ein Zug. Pass auf, Chris, die sind oben auf den Bergen. Oh, wir verlieren auch. Ist ja kein Wunder bei den ganzen Wandanussen hier. So viele Flugzeuge... Oh, ich hab ein Flugzeug. Oh nein. Hier vorne könnte man hoch, glaube ich, Chris, oder? Über den Bogen. Ja. Der Olli fliegt da oben. Olli, rechts von dir war ein Flugzeug. Hinter dir kommt auch einer. Wenn ich den nur sehen würde. Ja, geil. Der fliegt direkt über den Boden, oder was? Ach nur, das bin ich. Moha. Jetzt weiß ich, wie jetzt die ganzen Spackos hier oben Wandanus spielen. Oh, der Zug. Hinter uns. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ich hab den mit der Granate erwischt. Nein. Vorsicht, da ist er noch im Weg, damit ich runtergefallen bin. Durch den Wandanus, ja. Der wird sich auch gedacht haben, wo ist er jetzt hin? Oh, der ist geil. Ich mein, so vom Szenario her ist es gut. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur... Ja, Grafik ist bei Shootern nie so das Wichtigste unbedingt, also... Natürlich, es darf nicht Pod hässlich sein, ne? So wie Blackshot. Wie mach ich den Fallschirm? Der Taste. Der Taste. Das war knapp. Das war gewagt. Oh. Okay, ist da noch Platz für mich? Ich komm auch noch ein. Ne, ist voll. Ne, ich sitz mit drin. Ah geil! Oh, Chris Red Panther. Ne, wir sitzen auf den Maschinengewehren. Aber man sieht hier überhaupt nix. aber schon cool so panzer ist ein zug kommt plötzlich von hinten die säcke des christianes mit jetzt schießt der zug da gerade auf uns ich habe einen spawn kill gemacht da ist einer gespawnt den habe ich verschossen kann man denn den zug kaputt machen dafür kriegt man denn den zug kaputt einfach drauf schießen mit dem dicken geschütz welchen dicken geschütz ja der panzer hat doch noch ein paar ja der panzer war doch schneller tot als ich bis meine finger in der nase stecken konnte wo ist denn der chris mitten im gewuchten ach jetzt witzig auf chris fährst du? nein nein, ich sitze am geschütz und der zug kommt auf gottes willen ja ich sehe den zug auf meiner seite nicht ich bin hier so hilflos ich schieße mal auf A dann treffe ich einen und werde irgendwie als hacker beleidigt dann dreh den panzer doch mal ein stück wow wow hallo sitzchen hey ho was hast du für scheiß war die langweiligste runde überhaupt ja wir hatten den joker deswegen haben wir gewonnen naja nix so runde ich mag rush eigentlich lieber ich finde gut dass der spielmodus wieder da ist ich frag mich ja hier in der ansicht wo man diese bilder sieht da steht ja hier in der mitte der kern mit dem heißen score der hat einen 5000er score wenn man sich das scoreboard mal anguckt da ist einer drin der hat 19.000 da ist der hacker oder so da wird noch überprüft ja der hat einen killz 3 und tole 4 also der hat nicht an aber wie hat er dann so viele punkte? der hat objektiv gespürt ja keine ahnung vielleicht wird das aber nicht so ich habe keine ahnung wie das zählt ich habe keine ahnung warum bei dem da steht ein score von 5000 und er ist hier der mit dem heißen score mit dem höchsten score verstehe ich nicht ist auch nicht oh ist die selbe karte nochmal ich spawne bei chris chris ist immer gut zu spawnen wow ist das der abgehauen der chris chris rechts ist ein fahrzeug ich will aber in dem panzer aber der arsch fährt weg achso komm 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 mein gott mach doch halt jetzt mach doch halt doch nur wenn er schießen will ich bin auch drin nein ich bin aber Skigewehr ich auch ne du bist doch wie am geschütz ich sitz auch immer auf der seite wo man nichts sieht ich sitz mir auf die andere seite und so fährt er denn dahin wo wir die fahne schon eingenommen haben ist das bov ist das deppert der fährt der denn seit dem kreis oder was ich seh nicht warum muss ich schießen ja der ist halt auf gar nichts keine ahnung wie der kerl hier hin will oh ich sehe nichts ich weiß nicht ob was ich schießen soll weil hier nichts zu sehen ist wo fährt der hin alter das ist ein panzer ab an die front oh gott ich steig aus das dauert mir zu lange gute idee der fällt jetzt wieder zurück der will ja nicht den panzer abgeben ich bin hinter dich warte ich komm auch zu fuße noch her das ist so ein depp wir müssen eigentlich hinten campen und unsere eigenen panzer schnell schnappen wenn der da wieder spawnt das sind so leute die auch im battlefield 4 immer die Hauptschrauber blockiert haben ja ja richtig also leute denen geht so ordentlich einer ab ach da kannst nichts machen so denkt dann guck nach oben hier die hängen hier gerne oben die fällt jetzt gerade nichts nettes ein wenn man nichts nettes zu sagen hat soll man gar nichts sagen irgendwie war das camper aber wandanus ist schon ganz gut das kann man glaube ich nehmen das ist jugendfrei die ganzen drecks wandanusse los kommt wir müssen in die stadt leute go 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 lass ein pferd diese pferde sehen muss ich immer hier an dieses lied denken look at my horse oh is this amazing komm lass uns mal einen punkt oberen wir haben noch gar nichts getan hier in der runde außer mit dem panzer rum zu juckeln oh hier kommt irgendwo ein panzer oh hier kommt irgendwo ein panzer oh hier kommt irgendwo ein panzer muss irgendwo ein panzer sein ja da ist ein panzer Auf der anderen Seite Ich habe leider nichts, um meinem Panzer zuzustören Ja, ist klar Ah, Chris, räche mich Oh Ja, ist noch ein Reiter durchgeritten Achso Oh, Olli lebt noch Chris ist auch tot Jetzt nicht mehr Egal, das brauchen wir nicht bei Tulgrim Der ist ja ungefähr da Ich bin ja voll vor der Nase, wo wir hinwollen Ach, Chris ist da unten Achso, Moni Nö Ja, Chris, Vater liegt ja noch da rum Moni nicht, aber HP Ja, ich glaube, ich spiele gleich mal Sunny Du Scheiße, auf mich geschossen Ich will nicht sterben Aber Olli Kuckuckuck Ja, super Schon wieder so ein Dreckspanzer Ja, nee, ist klar Alter Schwede Ich bin so schlecht Nicht Medik machen Aber der Medik hat nichts Tolles Alle tot Wir müssen ja schon bei G spawnen Wir verlieren ja gerade alle Punkte Nur bei C kann man los spawnen Oh, oh, aber der hier ist C weg Das heißt, hier müssen irgendwo welche sein Aber wo? Oh, fuck, der Panzer Oh, nein Ist doch Ich wäre ja mal angetippert hier Ja, jetzt hocken sie wieder auf den Berge rum Wo ist denn Chris? Chris ist wieder mitten im Battle Das brauche ich ja wieder zeitig Alter, die hängen da oben alle auf dem Berg Er müsste nur mal da irgendwie hochkommen Und da aufräumen können Also Chris, ich habe noch keinen Kill gemacht Chris hat gerade einen runtergehüpft Der wird schon angekratzt Ab Jetzt sehe ich aber auch nicht mehr Naja, er hat ihn erwischt Ich habe ja nur Assis gemacht, wie immer Der hier ist direkt neben dir auf dem Boden aufgeklatscht Hinter dir Ist von der oben runtergesprungen Endlich habe ich Endlich habe ich einen Kill gemacht Und dann zack Sind da runtergesprungen Pass auf Da oben rennt noch einer rum Aber einer von unsern ist gerade nachher Oh man Uns alle aus den Bergen raus Ich weiß, ich laufe jetzt Und bin der Einzige, der in der ganzen Horde abgeknallt wird Egal, ich nehme es mir vor Also ich sehe im Moment keinen auf dem Berg Oh Gott, ich sehe wieder ein Sniper Ich sehe auf den Chris hinterher Aber der ist schwer zu kriegen Junge, hat der Hummel im Hintern Wow, bester Nade Was ist da los? Was ist da? Wie viele sind da? Da ist wieder ein Panzer Alter, ich hasse diese Panzer, ne? Alter Na, Kampfquellen mit mir schwer Ich glaube, ich habe das Schwert her Das frage ich mich auch Obwohl du eigentlich nur so ein Knüppel in der Hand hast Sehr schön Hinter mir her Da wollte ich mich wegsnecken Ja, ja, ich weiß Ich habe nur nicht gewusst, wo er hin ist Deck nach unten Ich glaube, da kommt einer gleich die Treppe hoch zu uns Also da, wo du jetzt hinguckst Ich würde zumindest da unten gehen Und schreien Wir müssen auf jeden Fall viel mehr sein als wir Wo ist niemand? Ich freue mich mal wie ein Schnitzel, wenn ich das schaffe Oh, Sniper auf mich Will, 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 Will Hast du jetzt einen Sunny? Ja, ich kann irgendwie alles troppen Muni und Sunny Und ein Wenikit Du bist voll krass, da Ein paar Pflaster hier Hast du einen Pflaster Ich kann nur Muni legen Ja, ist klar Mit einem Schuss Alter, ohne zu zielen Pass auf Der hatte ich im Visier Lacker, Alter GZ Ich hatte keine Lust mehr, da rumzuhocken Ich bin ein bisschen aggressiver Und schon ein bisschen tot Ja Er gibt mir von vorne, von Tal, das Messer Boah Alter, ich will Chris, bist du noch da? Wo bist du? Gerade nicht bei dir Wow Oh, immer die Leute, die auch so Klick haben und in solchen Berg durchschießen können, ne? Die da kill können einen halben Berg hinter sich her Einer ist in meine Bombe gelaufen Pass auf, hier kommt gleich einer Hier ist irgendwo einer Oh, mein Dach ist eingestürzt Jawoll, so muss das Hast du einen erwischt, ja? Jawoll, mit der Granate Ich hab ein Stückchen erledigt Mit der Granate In den Arsch Panzer, Panzer Oh, ja Und weggesnipert worden Auf der anderen Seite Gegenüber Ist einer auf dem Dach Du müsstest eigentlich von da, wo du bist Aus dem Fenster runterballern können Ah, nee, von da aus her wüsste ich glaube ich Ah, ja, sicher Nein, ich brenne Oh, Mist, jetzt wollte ich den im Nahkampf killen Da wollte ich gerade wieder wegboxen, ey Oh, nein, jetzt werde ich gemessert Oh, hinter euch Da kommt einer die Treppen rauf Ah, ich bin so schlecht Aber ich gebe mir größte Mühe Oh, bist du tot? Ja, ich hab noch keine Ahnung Wie da da auf einmal hochgekommen ist Ja, da ist, keine Ahnung Der packt sich da irgendwo hoch Scheiße, jetzt bin ich sonst wo gespawnt Ach, Kacke Hier wollte ich gar nicht spawnen Das finde ich gar nicht gut Oh, ich hasse es Ehrlich, wie die Pest Diese Panzer, ne? Man hat aber auch nichts gegen die Dinger, oder? Hat man was gegen die? Oh, ich hab ein paar Handgranaten Machen wir doch mal wirklich damage Ich hab keine Muni mehr Da hast du welche Ich hab die gerade hingelegt, oder? Da ist nicht gezählt Ja, das ist aber nur die Ja, das ist aber nur die Ja, wieder welche oben, oder so? Oh, Chris sitzt in einem kaputten Panzer Ja, ich reparier den gerade Ist auch nur ein Ein-Mann-Panzer, ne? Ja Buh, Chris, Buh Immer diese Singleplayer Das ist ja merkwürdig, ne? Ich könnte ruhig mehr von diesen Naja, es gibt ja einen Co-Op-Panzer So ist das ja nicht Ja, es hat schon so sein Die Map ist Wir müssen auch hoffen, vielleicht eine andere Map Weil die Map ist zwar gut, aber Ist der war Der Wuschi Hallo Wir haben verloren Oh Hallo, der Wuschi Ausgeschlafen? Naja Nicht wirklich Oh Mensch, hallo Sienchen Jetzt erst? Habe ich gar nicht mitgekriegt in dem ganzen Stress hier Oh, Oli, 18.25 Uhr war das, mein Freund Ja, ich weiß So, wollen wir dann eben raus Haben wir den Wuschi einladen können? Ja, lad ihn ein Return to Menu Oh, der Chris ist echt hart drauf, ey Oh, der KT von 8.5 Richtig hart Ja, und meine ist unter 1, Alter Gestern war einer 45.0 Wow Ich hatte vor allem einen 119.0 Der hat sich hinter dem Bei Rush hinter einem Felsen gestellt Und im Kreis gedreht Wow low chains go gut glas 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 glam glas 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 Vielen Dank.